Ich kann's immer noch nicht glauben, dass wir uns in den neuen kleinen Menschen verlieben werden. Tief durchatmen. Ich zähle rückwärts von drei. Und drei, zwei, eins. Atmen Sie. Ich kann meine Familie nicht länger anlügen. Sobald Sie Ihrer Frau sagen, dass Sie sterben, haben Sie Ihre Chance, das hier zu tun, verspielt. Wollen Sie Hallo sagen? Wurde alles übertragen? Selbst die Erinnerungen aus Ihrem tiefsten Unterbewusstsein. Machen Sie das mit uns und das Leben Ihrer Familie geht weiter. Ein sauberer Austausch. Was ist los, Gern? Keine Ahnung, was die richtige Entscheidung ist. Wink. Ich hab wohl gedacht, ich hätte mehr Zeit. Sie haben eine einzigartige Chance. Ich bin noch nicht so weit, Sie hätten ihn nicht... Sie sterben. Es ist, als hätte ich mich nach Mal in Sie verliebt. Das gefällt mir nicht. Denkst du mir gefällt das? Dass man mir sagt, ich wäre nicht ich? Weil du nicht ich bist. Weil du nicht ich bist! Ich liebe dich, Cameron Turner. Ich liebe dich, Cameron Turner. Ich liebe dich, Cameron